Das ist ja ein Riesenspaß! Kannst du ja nicht fassen. Man muss einfach lachen. Ich bin noch nie mit einem Tretmobil dann so schnell gefahren. Unglaublich! Der Schub. Einfach linear. Der schiebt dich so. Super! Tolles Ding. Eine unheimlich schnelle Beschleunigung. Und die Tatsache, dass man eben mit tritt, gibt ein größeres Gefühl. Also eine größere Verbindung zum Objekt, also zum Motorrad, wie ich mal sagen. Jihau! Man denkt als Motorradfahrer erstmal, rechte Hand, Gashebel, Kuppeln, links, links schalten. Ist hier nicht! Nein, Leute! Das Schöne ist, man gibt anhand der Pedale Gas. Ja, und die Kraftübertragung wird dann auf die Motor übertragen. Und da kann man halt, je doller man tritt, umso schneller beschleunigt man. Und das ist kinderleicht. Als Fahrradfahrer hat man gleich so ein Vertrautesgefühl. Aber auch als Motorradfahrer. Und das ist, glaube ich, das Sensationelle an dem E-Rocket. Jihau! Wow, Baby! Ist das geil! Oh, Baby! Oh, Baby! Oh, Baby! Gebertragung bei Koppel filmmakers Wait?